Jetzt noch mal für die Polizei, auf rechten Berliner Beamten, der sich durch anarcho-islamische Milizen am 1. Mai steinigen lassen muss. Ja, das muss man sagen, der 1. Mai, das ist eine rituelle Steinigung gegen unsere tapferen deutschen Beamten. Für sie werden wir folgende Parole rufen, genauso auch für alle tapferen Jungs, die Deutschland am Hinden und Kutsch verteidigen. Deswegen ruft es mit mir zusammen, mehr, 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 paramilitär, mehr, 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 paramilitär, mehr, 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 paramilitär, mehr, 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 mehr. Ihr seid zu leise, davon kann sich kein einziger Polizeibeamter oder Soldat was kaufen. Wie heißt die Parole? Mehr, 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 paramilitär, mehr, 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 paramilitär. Sehr gut, wer am Ende der Demonstrationen sich so verausgabt hat wie ihr, die, die mitbrüllen, kriegen später gerade nicht seinen Parteiausweis. Will es sein? Willen! Willen!